Herzlich Willkommen, Ihr Wortschätzchen! Wir freuen uns sehr über Eure Kommentare und das Abonnieren unseres Kanals und natürlich auch über Eure Fragen und Wünsche. Was ich in letzter Zeit öfter gelesen habe, ist, dass Leute fragen, ich lerne Deutsch und merke mir viel Vokabeln, Wörter und Begriffe, muss ich auch wissen, wann ich Buchstaben groß oder klein schreibe? Oder sind Satzzeichen wie Kommas ein wichtiger Teil der Sprache? Darf ich die vielleicht einfach weglassen? Und gerade in asiatischen Sprachen ist Betonung sehr wichtig und kann die Bedeutung eines Wortes verändern. Gibt es das im Deutschen auch? Zu all diesen Fragen kann ich einfach nur sagen, ja. Na gut, im Ernst, ich sage auch gerne mehr dazu. Also, sehen wir uns das genauer an. Das wird lustig. Seid Ihr bereit? Na dann los! Wir teilen das Ganze mal in drei Themen. A. Groß- oder Kleinschreibung B. Das Komma Und C. Der Ton. Betonung. Der Ton macht die Musik. Es geht also los mit der Groß- oder Kleinschreibung. Nehmen wir hier als Beispiel, sehr bekannt, auch überall im Internet, der Gefangene Floh. Wenn ich das nur sage, wird es schon schwierig. Wenn Ihr das lest mit kleinem G bei Gefangen und großem F bei Floh, dann geht es hier wohl um einen Floh. Ich hatte jetzt gerade keinen. Der wäre auch sehr klein. Nehmen wir eine Heuschrecke. Und sie ist gefangen. Also, ein gefangener Floh. Vertausche ich hier das kleine G in ein großes und das große F in ein kleines? Der Gefangene Floh. Dann geht es um einen wahrscheinlich Mann. Er ist gefangen. Aber er kann fliehen. Zweites Beispiel. Du kannst sagen, der Junge sieht Dir ungeheuer ähnlich. Ungeheuer bedeutet dabei im Deutschen so viel wie sehr. Der Junge sieht Dir ungeheuer ähnlich, könnte also zum Beispiel zu einem Vater gesagt werden, dessen Sohn ihm sehr ähnlich sieht. Wenn Du bei ungeheuer ein großes U setzt, geht es eher um ein Ungeheuer. Irgendwas sieht Dir da auch ähnlich, nämlich der Junge, aber Du bist das Ungeheuer. Boah! Der nächste Satz. In Berlin hat er Liebe genossen. Hier geht es auch schon so ein bisschen darum, dass die Betonung sich ändert, je nachdem, ob etwas groß oder klein geschrieben wird. Genossen sind in Deutschland Menschen, die vielleicht mit Dir in einer gleichen Gewerkschaft sind oder in einer gleichen Partei. Er war also hier in Berlin und dort hat er Liebe genossen. Also Menschen in seiner Partei, die sehr nett sind. Und sie hatten sehr viel Spaß. Wenn er in Berlin Liebe genossen hat, also derselbe Satz mit großem L bei Liebe und kleinem G bei Genossen. In Berlin hat er Liebe genossen. Dann hatte er bestimmt auch eine gute Zeit in Berlin, aber die geht uns nichts an. Der nächste Beispielsatz wäre dann, es wäre besser, wenn er Dichter wäre. Vielleicht versucht er, ein Buch zu schreiben, ein Poem, ein Gedicht. Vielleicht, aber es wird nicht so richtig gut. Wenn er Dichter wäre, könnte er das vielleicht. Wenn der Dichter an dieser Stelle ein kleiner Dichter wäre, es wäre besser, wenn er Dichter wäre, geht's vielleicht um einen Wasserhahn, der ist nicht dicht und tropft. Im nächsten Satz, die Tauben fliegen, geht es wohl um Vögel, die fliegen. Friedenstauben zum Beispiel, findet jeder gut. Friedenstauben kann man immer brauchen. Wenn hier die Tauben fliegen und die Tauben dabei klein und die Fliegen groß sind, dann geht's nicht um Vögel, auch um Tiere, nämlich Fliegen, aber die sind taub. Das heißt, sie können nicht hören. Der nächste Satz, die Wilden grillen die Spinnen. Da gibt es Wilde, vielleicht im Dschungel des Amazonas, und sie grillen die Spinnen. Sie haben also einen, ich gebe zu, relativ modernen Grill für den Dschungel und sie haben Spinnen gefunden und die Spinnen werden gegrillt und wahrscheinlich dann verzehrt. Wenn es die Wilden grillen sind, die Spinnen, dann geht es um Grillen. Die sind wild und bunt und handeln sehr irrational, also Spinnen. Das kann man dann noch auf die Spitze treiben, indem man einen Satz bildet wie die Wilden, Wilden, die Spinnen, grillen die Wilden, grillen und die Wilden, Spinnen. Also wilde Menschen, die irrational handeln, aber leckere Grillen und wilde Spinnen grillen und dann wahrscheinlich auch verzehren oder vielleicht auch Heuschrecken. Beides. Der Satz, genauso wie das Essen, ist wohl eher Geschmackssache. Genug damit. Groß und klein ist hilfreich. Damit kommen wir zum zweiten Thema. Wir haben gerade schon gesehen in den Sätzen, auch da kam manchmal ein Komma vor und das Komma hat den Satz beeinflusst oder wurde benötigt wegen der Groß- und Kleinschreibung. Also mehr dazu im Kapitel. Das Komma-Koma. Nehmen wir zum Beispiel einen Satz wie Wir empfehlen, Komma, ihm zu folgen. Dann geht es hier darum, dass er wohl Bescheid weiß und weiß, wo es lang geht und wir empfehlen, den anderen ihm zu folgen. Wenn wir in diesem Fall das Komma an eine andere Stelle setzen, nämlich Wir empfehlen ihm zu folgen, dann wissen wohl die anderen, wo es lang geht und er sollte ihnen folgen. Genau das Gegenteil also. Er will sie nicht. Da ist ein er. Er will. Da ist eine Sie. Vielleicht will sie auch. Aber er will sie nicht. Also läuft er davon. Vielleicht würde er gerne eine andere Frau wollen, aber eben halt sie nicht. Mit Komma, er will, sie nicht. Ist da immer noch ein er. Er will immer noch. Aber sie will ihn nicht. Und deswegen läuft in diesem Fall sie davon. Also auch das Gegenteil des ersten Satzes nur durch ein Komma. Der nächste Beispielsatz. Es ist schwierig für Männer, eine Lösung zu finden. Da gibt es Männer. Sie versuchen eine Lösung zu finden, aber es ist schwierig für sie. Sie kommen einfach nicht drauf. Wenn wir das Komma hier an eine andere Stelle setzen. Es ist schwierig, für Männer eine Lösung zu finden. Dann sucht irgendjemand für die Männer eine Lösung. Vielleicht die Frauen. Und sie wissen nicht, was sie mit den Männern machen sollen. Und deswegen finden sie keine Lösung. Sehr kurz. Nicht aufhören. In diesem Fall, klar. Weitermachen. Setz dich dazwischen ein Komma. Nicht aufhören. Auch das wieder genau das Gegenteil des ersten Satzes. Ich möchte etwas nicht. Ich lehne etwas ab. Ich möchte, dass jemand aufhört. Stopp. Und dann kommen wir zu den berühmten deutschen Sätzen unter dem Oberbegriff Kommas können Leben retten. Tötet ihn nicht. Er hat hier einen Daumen hoch bekommen von Cäsar, dem Kaiser oder wem auch immer. Und deswegen darf er weiterleben. Setz dich das Komma hier an dieser Stelle bei Tötet ihn, nicht freilassen. Dann geht der Daumen nach unten. Er wird nicht freigelassen. Und sein Lebensende steht kurz bevor. Der berühmteste Satz zu diesem Thema auch sehr bekannt, wenn es um Kommasetzung geht. Wir essen jetzt Opa. Da gibt es einen Tisch. Da drauf steht Essen. Und Opa hat Hunger. Deswegen kommt er angerannt. Wenn wir das Komma hier weglassen, wir essen jetzt Opa, gibt es vielleicht auch einen Tisch. Aber Opa ist das Essen. Und die Familie kommt angerannt. Guten Appetit. Und dann hatten wir uns als drittes Thema noch die Betonung vorgenommen. Der Ton macht die Musik, habe ich das hier genannt. Das sagt man im Deutschen oft, wenn jemand falsche Wörter benutzt, schreit, nicht nett fragt. Dann sage ich zu ihm, der Ton macht die Musik. Also soll bedeuten, wenn du nett und freundlich zu mir bist, dann bin ich auch nett und freundlich zu dir. Man sagt auch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Es geht um eine Tonne. Sie müssen die Tonne umfahren. Also da steht die Tonne und ich soll die Tonne umfahren. Mein Auto soll um die Tonne herumfahren. Oh, kriege ich hin. Wenn ich das an dieser Stelle anders betone, Sie müssen die Tonne umfahren, komme ich auf einmal genau zum Gegenteil. Da steht wieder die Tonne, da kommt mein Auto und die Tonne wird umgefahren. Das ist genau derselbe Satz. Es geht nur um die Betonung. Und das ist in diesem Fall sogar genau das Gegenteil. Oder wie man oft sagt, umfahren ist das Gegenteil von umfahren. Ähnlich verhält es sich bei dem Satz, der Tanz ist ausgefallen. Ausgefallen kann etwas nicht Normales, nicht Alltägliches sein. Da tanzen Menschen, sie tanzen wild, sie tanzen ausgefallen. Es kann aber auch sein, dass der Tanz ausgefallen ist. Vielleicht. Kein Strom, keiner da, keine Musik, kein DJ. Der Tanz ist ausgefallen. Er findet gar nicht statt. Es wird nicht getanzt. An dieser Stelle haben wir eine unterschiedliche Bedeutung, vielleicht nicht genau das Gegenteil, aber auch das findet nur statt durch eine andere Betonung. Das war unsere Übersicht, oder Erklärung dazu, warum Kommas, Betonung und vor allem auch die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen, so wie in vielen anderen Sprachen wichtig sind. Hat euch das Video gefallen? Habt ihr Fragen dazu? Schreibt sie uns in die Kommentare. Das PDF zum Video ist wie immer in der Video-Info unten verlinkt und wir freuen uns auf eure Kommentare, Kritiken, Fragen, Anregungen und Wünsche. Ihr wollt keine Videos verpassen? Bitte abonniert diesen Kanal und folgt uns. Und damit weiterhin viel Spaß beim Deutsch lernen, ihr Wortschätzchen!